Es ist gespenstig ruhig und leer in Korbach. Kaum jemand ist zu sehen in den Straßen. Die Geschäfte sind fast alle geschlossen. Drogerien, Apotheken, Reformhäuser, Metzgereien, Bäckereien, Supermärkte und Baumärkte sind geöffnet. Imbisse und Restaurants dürfen nur noch liefern. Die aktuelle Lage momentan ist sehr bedürftig. Es ist noch Kundschaft da, aber eher wenig. Die Kunden sind aber sehr rücksichtsvoll und auch hier in der Fußgängerzone kann man beobachten, dass die Leute auch Abstand voneinander halten. Und wir hoffen, dass es jetzt demnächst wieder besser wird. Einige Menschen entdecken wir bei ihrer Arbeit. Am vergangenen Samstag haben fünf Mitglieder der Schützengilde die Kümpel geschmückt. Sie wollen damit ein Zeichen der Hoffnung setzen. Gleichzeitig geht eine Welle der Solidarität durch unser Land, die wirklich richtig gut tut.